habe ich auch kein geld zu so warte mal noch nie wir machen ein handelsroute eine neue neue handelsroute handelsroute 4 natürlich nein kann ich hier oben nennen ja wunderbar lagerlogistik das klingt doch super lagerlogistik ach du ich also jetzt schon wieder neue rote bin ich doof so gut bearbeiten und zwar haben wir drei lager jetzt waren die aber auch an da und dann nach da und wie man so kennt wieder zurück und an die trau den bahn so sehr freundlich tun von mir ist auch ein sinnslager quatsch ohne ende das meine ich ne wenn ich jetzt alles aus dem lager haben will es ist total bekloppt kaufen verkaufen einladen also einladen bitte alles einladen ich versuche es mal alles was ihr gekauft einladen erstmal hallo also irgendwas was auf lager ist mitnehmen jetzt nicht auch auf die produkte kümmern können oder stürzen die wir eigentlich da haben das machen wir jetzt einfach so dass es von dem da runter kommt obwohl eigentlich macht das total keinen sinn egal ich spare jetzt gleich noch mal so jetzt haben wir erstmal einladen 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 genau so hier machen wir jetzt verkaufen ich kaufe nix verkaufen nur verkaufen meine ich du kannst du hingehen und sagen alles verkaufen punkt nie du musst alle hier auch immer umstellen das müssen du so weil du machst hier so kaufen verkaufen 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 mein tampa ist ja was ist tampa aber wir sind jetzt unten ausladen priorität eins warte mal ein aus warte mal das könnten wir eigentlich einladen einladen so einladen so ein rest verkaufen mir so weit von oder warte mal die polizieren das ja ah manometer so kaufen nee einlagern wenn so das da ist verkaufen 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 halt was wir irgendwo fliegen rum haben verkaufen ich mach das weil bei den lageristen oben ja auch was kaufen das kann man das können wir einladen das verkaufen so das einladen ja erstmal so florida keys ausladen hier wird nur ausgeladen oder nur ausladen weil verkaufen kann selber händler kann ich nicht alle sagen ausladen bin ich ein bisschen schade hätte man mit dem button hier auch lösen können einladen ausladen unter anderem verkaufen dass man sagt alle alle egal was das ist ausladen nee ausladen obwohl nee warte mal das das geht ja damit ne warte mal genau und den rest verkaufen genau geht ja damit ausladen aber erstmal aus und dann laden was das ein so und von mir aus auch Tabak und so schon mal einladen 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 mir so ein Törtchen und sowas so dann war wiederum ja halt in zunaga erstmal ach ja stimmt ich kann ja alles in zunaga so schmeißen aber ich bin doof aber ich bin doof egal ich bin trotzdem doof äh so warte mal ähm ja da wollte ich auch nicht wieder einladen öch 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 ja gut warte mal einladen äh 100 oder so keine ahnung einladen einladen keine prioritäten ne aber wenn sie nicht da ist kann ich eh nicht einladen einladen so kohle von mir aus äh ja wolle wäre auch schön nimm mal jetzt alles mal ja alles das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich in gewisser weise wenn wir nicht sagen wie viel bitteschön ne also davon bitte ganz viel soviel Platz hat er gar nicht äh ja den wieviel 50 ne den 50-50 Joker so Klamotten kann er auch in mir sein ja ich finde sie eigentlich mehr als immer voll äh jetzt ja gut wenn er was gekauft haben sollte wir sind hier grad mega pleite von daher so und hier machen wir Standard fällig so übernehmen äh äh du bist jetzt jetzt 200 ok gut äh zuweisen dann gucken wir mal wo ist er denn überhaupt grad äh Florida Keys ja moin ja dann weiterfahrt vorsicht ob er die 110.000 Euro äh wegkriegen weiß ich nicht vor allem der andere ja wo ist mein anderes Schiff wo ist das Schiff Moment mal Moritz was machst du Moritz fährt in Holland rum jajuu aber darf ich warum darf ich meine Schiffe nicht mehr wechseln ja weil es keine freien Schiffe sind ja und Moritz fährt hier total nackig äh nackig ja gut nicht nackig aber ihr wisst schon solche Gegend mit nichts also das meine ich mit nackig der hat schon noch was an aber Leute ey das ist ja wahnsinn mein Karten ist hier total verlegt verdreht verdreht das macht mir keinen Sinn was er grad hier treibt ich glaube wir haben mit Holland wieder Frieden kann das sein ich weiß es nicht ich hab keine Ahnung und davon ne ganze Menge so das haben wir nicht mehr du dann versuchen wir das mal schnellstmöglich wegzukriegen hier irgendwo hin sonst werde ich ihm hier gleich auch die andere Route erstmal zuweisen die Logistics Route oder sowas und das war möglichst schnell den ganzen Kram einfach nur aus äh Dings rausschmeißen so was haben wir hier oh Wunderbärchen bisschen Plus danke oh Gott 126.000 Minus wow wie soll ich das denn noch machen mal ehrlich ich na gut wir haben ja Obst und so und so und aber trotzdem das wird nicht viel reinbringen sag ich mal wird Obst und so Ah sie ist er gedacht in mir Ihr wolltet zeugte O haben FPV diese Bewein wollte ich auch nicht haben Mal hier rüber